hallo youtube und hallo liebe zuschauer wie geht es so stets alles gut bei euch ich bin es wieder euer bernko hat und wir zocken leider heute zum letzten mal mit spiel sind nämlich am ende angekommen und ja was da auf uns zukommt das werdet ihr dann sehen bleibt einfach dran es geht direkt los ach quasi durch teleportieren ok noch eine nachricht bekommen er ist hier dein schatten ok wo denn sei vorsichtig steh auf du kleines hässliches Miststück shit lenien Naja, ich versteh schon Linien, aber wo lang? Was steht da an der Ecke? Diesmal hat es nicht geklappt, weil ich glaube ich jetzt in der Richtung geguckt habe, ich weiß es nicht. Was ist denn hier los? Ich kann nicht nach hinten laufen, ich kann nur vorwärts laufen und es ist direkt hinter uns. Hä? Ist hier irgendein Weg? Oh Gott, warte mal, ich bin ein bisschen nervös. Alles richtig, alles richtig. Sehr gut. Boah, fuck you. Stand da. Hast du Angst? Ja, ein bisschen. Was fühlst du denn von mir? Schatten ist weg. Okay. Abgehauen. Hier geht es nicht weiter. Ja, mit dem Schatten folge ich diesen Weg. Okay. Und dann? Hier ist ja nichts, was ich folgen kann. Alles zu, alles dunkel, alles hier lang. Okay. Ja. Ist da was rotes? Ich bin jetzt wieder irgendwas rotes gewesen. Haben wir jetzt die ganze Zeit Selbstgespräche geführt mit Kava oder was? Oh nö, nochmal das Vieh. Junge, so ab und da wieder hier scheiße tief wo ist denn mit Vieh. Was? Sieh nicht hin. Mann. Der sich gerade bewegt. Is, is. hip-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop Öyle ist es hinter der Scheiße. Ah, der bewegt sich. Was? Ah, alle... Alle, die wegen ihm gestorben sind, wahrscheinlich. Na los, nimm's doch. Hier sind ihre Dräber anscheinend. Oh Mann. Oder Eigengrab zumindest. Warum wollen wir das Spiel eigentlich jetzt so zerpflücken? Oder warum wollen wir die Hexen so zerpflücken, damit sie ihn willig machen kann und ihn behalten kann? Oder was ist los hier? Nochmal eine Figur. Hier geht's wieder raus. Nochmal einen Raum gefunden, okay. Fangen wir nicht durch, okay. Oh. Was, 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 was? Mörder, okay, das haben wir schon verstanden. Okay. Was passiert hier? Okay. 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 Hier ist nix Leere Was? Oh Ja, wir kommen nicht mehr raus Eingesperrt Nee, kommen wir echt nicht mehr raus Das Fenster Nee In eine Ecke stellen Was sollen wir machen? Nö Scheiße Scheiße Nein Alice, nein Was wird denn hier Blut, das stützt alles ein oder was? Ich habe eine Nachricht bekommen, warte mal kurz Hast du Ghost, na, nicht von Sam Wer bist du, Alice? Oh Wo ist er denn jetzt? War denn noch einer auf uns? Cowart Shut up That's right Schon es? Warte guck Durch casale 이쪽 Christie Oh, das heißt eh nicht. Oh, my head. Hier läuft der lang, okay? Ich will ja so gucken. Nein, nein, ja, boah, ich bin erschrocken. Noch mal eine Nachricht bekommen. Nein, falsches Telefon. Du kannst dich selbst nicht mehr im Spiegelsehen sehen, nicht wahr? Okay. Wir wollen ja nur zu den kleinen Jungen. Gib uns eigentlich das Kind. Was passiert denn jetzt hier? Hallo? Okay. Reicht doch mal langsam, oder? Das ist ein bisschen zu viel gerade. Also irgendwann ansehen. Die Ecke. Wir sind das selber. Krass. Get in the corner. Don't look at her. Fuck. Was? Okay, die Gesette nochmal nehmen. Nein. 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 Dann geht's mit. Haben wir uns überlebt? Ja, wir haben es überlebt. Das war gerade die Hexe. Sehr gut, wir haben es erst mal überstanden. Erste. Verschlossen. Das ist seine Frau. Ja. Ein verwackeltes Bild von uns. Okay. Da war es eigentlich befreit, oder was? Nein. Nein. Links oder rechts? Wir haben die Wahl, wa? Nee. Hier rein? Nein. Oder hier rein? Oder da. Links. Oh Gott, wir haben die Wahl zwischen zwei Türen. Hm, wir gehen links lang. Was soll ich machen? Oh Mann. Okay, wenn er nicht lang. Hm. Hm. Jetzt schweben wir im Jahr am Ende, oder was? Ja. Irgendwie ist es gar ganz komisch. Es ist ja so ein Geist. Irgendwie ist es gerade ein bisschen alles sehr skurril, aber mittlerweile verstehe ich, glaube ich, dass wir den Hund gekehlt haben und dass wir Hörbar sind und 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 und. Ja. Aufmachen. Rennen, rennen. Ai, 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 ai. Noch mal ein paar Episoden über Mörder. Ja, das haben wir doch schon begriffen. Wer wird es uns denn noch unterjubeln? Den Scheiß. Oder? Also mal im Ernst. Mann, das reicht doch mal. Ist jetzt alles rot und dunkel. Nein? Mhm. Oh, unsere Jessie. Mann, los. Ist eigentlich immer hier in Frieden angekommen. Ja, welcher Mann? Was denn? Was ist los? Okay, wir fangen jetzt völlig aus. Okay. Okay. Oh Mann. Okay, wir rasten jetzt völlig aus. Hier geht es nicht weiter. Doch hier. Nee. Komm schon. Oh, nee. Hier runter. Die wollten nur nur in den Keller gehen, den Jungen holen. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt rasten wir hier völlig aus. Also Spanner, die wir auf dem Gewissen haben, oder was? Ja. Okay. Kommen wir hier durch? Nein. Aber hier kommen wir durch. Nee, kommen wir auch nicht durch. Das ist alles zu. Hier gehen wir durch. Wir wollten doch nur in den scheiß Keller rein. Keine Ahnung. Über die ganzen Fotos, die wir gesammelt haben, okay. Okay. Where are you, motherfucker? Schau dich! Ich werde dich mit meinen Händen töten. Und nach dem, was du gemacht hast, werde ich es genießen! Ich bin so. Komm schon, dann. Die Schlüssel ist unter dem Tisch. Ich warte auf der anderen Seite. Gehen wir jetzt den Jungen oder kriegen wir den Jungen nicht? Das ist die Frage. Einmal hier durchkrabbeln. Was ist passiert?! Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Du bist... Stop! Oh, take his face. It is the best. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020